Freu dich auf den Sommer und sei dabei! Beim 9. Liftec Attacke Beach Cup in Höfingen. Das witzigste Open-Air-Volleyball-Turnier im Schwarzwald. Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, auf dem Sportgelände des FC Höfingen. Zweierteams am Samstag, Viererteams am Sonntag. Männer, Frauen oder mixt. Gerne mit Kostüm. Übernachtung in Zelten ab Freitagabend, dem 8. Juli möglich. Und drumherum ein riesiges Sommerfest des Fußballvereins. Also, BS, no, boom, pow, ouch, oh my god, splash and yeah! Und melde dich an unter pixel-agentur.com slash beachcup2022.